Und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin Peter. Ich hänge hier so rum. Da hängt neben meinem Freund der Kopf. Und der Fischi und der Freddy sind auch dabei. Ja, hi. Ich habe keine Ahnung, was das gerade werden sollte. Okay. Du hast übrigens keinen Helm bei mir an. Oh, warte, ich ziehe kurz wieder ein und was. So, jetzt gehen wir hier. Oh, ich habe Angst, dass der Tisch hier geht. Die Tür ist bei mir offen. Mir ist sie verschlossen. Mir ist sie offen. Kannst du durchgehen? Nein, Iron Door locked. Warum? Wahrscheinlich ist das für nur ein Quest oder so. Tale of Two Blacks Meath. Wo ist denn Angrim? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Die Quester? Speak to Angrim. Spreche zu Angrim. Ich sehe die Quest gerade nicht mal. Active Quest, die zweite. Speak to Angrim in the Burn Ridge Outs. Ich kann es nicht lesen, während ich laufe. The Burn Ridge Outs, guys. Wollen wir hier rechts hoch? Ja. Vielleicht finden wir hier Angrim. Wieso bin ich immer schneller als du? Wo ist der Tank? Ich habe gerade einen Erfers-Einbruch. Nice. Nice, sir. Dice, sir. Böse Spinne. Böse Spinne. Ich habe meine Spike-Dinger gegen einen Baum geworfen. Nice. Okay. Skill-Shot. Ja. 20 aus 5. Wood, uh, Wood play again. True. Ich bin gelevelt. Nice, bin gleich tot. Was soll Jay-Gee machen? Gar nicht. Der kann einfach raus, das Blubstern. Du bist bei mir gerade aus der Erde gespawnt. Also aus der Erde einfach rausgekommen. Ich dachte, kurzzeitig die besten Freund. Ich bin echt leiser. Ich bin echt leiser. Äh, da drüben ist ne Quest. Wieso? Wieso bin ich richtig leiser? Weiß ich nicht. Da drüben ist ne Quest. Wo? Ähm, die Brücke rüber. Hä? Welche Cops hast du das gefunden? Habe ich dir auch schon einmal gegeben, glaube ich? Ich weiß. Ähm, dann gucken wir nochmal die Food-Reation an, die wir gar nicht brauchen. Wollen wir dann hier über die Brücke gehen, oder nicht? Jo. Wo wir erst noch mal hier unten lang gehen. Geh's an, hier so. Oh, gut. Wir haben Angriff auch gefunden. Na, Moisian? Killing Stranger, I hope you're out here fight the good fight. Ähm, Rettung mal mit ihm. Ehm, Grüß Gott, I hope you're out here. I'm here for the... What are you doing out here? Ähm, Same with you, I suppose. Seeking my purpose, and our fight to save... Cairn. Black Legion is still out, and I could sell the... Your Blacksmith. The Black Legion? Legion of Legends? Ja. Die Schwarze Liga, die Legenden. Death Banderman, surely you a part of the Imperium's Elite, or were you living on a rock before the Grumdawn? Uh, why are you looking for the... I... I... Mellor Menace? Duncan... Needs it... Uh... To help the refugees. He's still talented by that one. God, Alter, so long a day. From Death's Crossing, you could join us. Death's Crossing? Uh, you sounds certainly... See... See... Äh... Ah, God, Alter. Das ist mir alles viel zu viel Englisch da. Das ist aber ob ich... Gleich gesagt hier, Freddy. Ich... Ich könnte das natürlich alles übersetzen, aber dafür bräuchte ich viel zu viel Gehirnkapazität. Ich lieber für nichts benutze. Kann ich aber ohne Foodration, die ich nicht brauche. Ja stimmt, ich kann ja meinen Physik weiter skillen. Ich demnächst auch... Oh mein Gott, ich darf keine Agro pullen. Doch, darfst du. Guck, dann kann ich das machen, dann fliegen die alle weg. Guck, Moment mal. Jetzt... Jetzt gehen alle grad weg. Jetzt... Jetzt geh ich mal zu dem und... Bah, guck, er fliegt weg. Ha. Ha. Ich flieg auch mal weg, wenn ich sterbe. Ja, aber er... Wär nicht gestorben gerade, da hättest du mich noch raufgeschlagen. Können die einfach so wegstern. Dann liegen sie auf dem Boden. Das ist cool. Was ist Jug? Ist das Alkohol? Weiß ich nicht. Nee, Jug ist ein Fass. Äh... Dann... Must be toggled... Äh... Keine Ahnung was es ist. Gib mir nochmal einen Punkt drauf. GG. Und noch einen, äh... Hier rauf. Das ist hier mein Hauptskill. Oh, ich hab leuchtende Waffen. Nice. Ich hab leuchtende Waffen. Eier als ich jetzt. Na, zumindest glaube ich. Oh, guck mal, er ist tot. Das glaubst du nicht mal annähernd, Alter. Wie EP hast du denn? HP? Äh... Oder EP. Achso, äh, bin noch nicht gelevelt. Wie so. Jetzt ist das Arcanist auch nicht so dumm. Aber ich glaub, den Skill hatte ich vorher gar nicht. Äh... Was? Ich bin übrigens voll. Hä? Mein Inventar hast du komplett leer eigentlich? Damit du jeden weißen Scheiß mit auf? Ich sag mit alles auf. Ich sag mir... Ich sag mir nur gott eine Sache auf, deshalb wahrscheinlich. Ja... Ja... Wieso ringt du gerade das Geld? Was? Wieso ringt du gerade das Geld? Naja... Naja... Du leuchtest übrigens auch. Mit deinen Händen. Dann machst du mehr Schaden, glaub ich. Nice, dann müssen wir immer schön nah beieinander bleiben. Ich werf jetzt mal alles weg, was weiß ist. Wie kann ich Sachen schnell wegwerfen? Wenn ich das wüsste, dann wüsste ich ne Sache mehr. Schiff rechtsklick vielleicht? Nein, dann wechselst du sie einfach. War noch ne Food Ration abgesammelt, die ich nicht brauche. Nice. So... Was genau macht mein Skill denn eigentlich? Ich trage sogar noch weiße Armschienen, alter. Äh... Drei Elemental Damage und... 33% Chance auf 8% Energie Leach per Second. Das heißt, du kannst dir Gegner Energie abziehen. Okay, cool. Das ist das einzige, was ich skillen werde. Möchtest du auch noch ein bisschen Zeug? Hier liegt noch Scrap für dich. Ich hab das da mit inzwischen geworfen, übrigens. Gott, alter, weißt du, wie viel das ist? Ich kann nicht's glatt wie sehen. Oh mein Gott. Moment, der springt grad nach ganz oben. Ich seh ihn gar nicht, alter. Wie viel Müll hast du denn da? Ich hab mal eine so so Sache auf. Hab ich das gemacht? Da steht gleich ne Goldwetter dabei, egal. Uff. Hier da... Gehen wir da weg am... Ziemlich weit weg. Hier ist noch was. Jetzt hab ich noch viele Sachen in den Mund. Ich hab auch so etwa... Nein, ein bisschen mehr. Hab ich sieben Stück oder so. Oh, komm mal Goblins! Wo bist du? Alter, du bist bei mir noch hier oben. Ich bin hier runtergegangen. Ich bin hier runtergegangen. Du standst bei mir noch grad da oben beim Inselblut. Da liegt Scrap? Ich guck immer dann auf Shift oder auf Alt ob da wirklich ist. Da liegt da keiner. Da denk ich mir so. Scheiße ist hier Instant Loot. Ja, super. Instant Loot. Nicht Instant. Das ist was anderes. Da kommen wir auch mal später hin. Kennst du Instant Eistee? Instant Eistee ist voll gut. Ne kenn ich nicht. Folger ja. Ist das Eistee der Instant da ist? Ja. Bestellst du ihn auch immer auf Amazon? Dann bist du sofort da? Und ich bestell alles auf Amazon. Ich glaub du bist der einzige Kunde von Amazon momentan. Ich bin momentan noch am überlegen ob ich mir Amazon Prime hole. Damit du alles noch schneller bekommst. Ja und damit ich Amazon diesen Videodienst benutzen kann. Und damit du keine Versandkosten hast. Ja. Na ja. Von Amazon direkt. Die Sachen die über irgendwelche Händler laufen kosten ja trotzdem noch Versandkosten. Ja. Sicher? Ja. Ich sammle die ganzen Sachen weißt du doch noch vorsehen direkt. Obwohl du kriegst ja auch gratis Prämienversand bei allen Händlern. Ja? Ich weiß nicht also. Na okay. Amazon biete ich auch so ziemlich alles an also. Amazon bietet alles an. Zum Beispiel meine Messer. Für die musste ich komplett extra zahlen. Versand. Ist traurig. nicht für meinen Bowie von Howie Knife aber. Für die zwei Arbeitsmesser. Hast du den Timemann gemacht? Hoffe ich. Ja ich hoffe auch. Traum mich nicht zu gucken. Guck mal schnell. Wenn ich meinen Sperrkutter noch könnte. Ja habe ich. Neun Minuten noch. Fuck mal Razorback. Du schmeißt ihn einfach nur durch die ganze Karte. Oh mein Gott. Aber wieder aufgeschmissen. Ich hätte doch schon wieder irgendwo aus Item bekommen. Ne. Also zumindest nichts was ich gesehen hätte. Ich bin ja ganz viel krank für dich. Da 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 da. Ganz viel Zeug für mich. Zwei, drei Sachen. Drei Sachen. Wie oft hast du schon was für mich? Du kriegst nichts. Ich bin nicht Kirschi. Ja aber du kriegst trotzdem nichts. Asi. Was willst du denn haben? Alles. Kriegst aber nicht. Siehst du? Asi. Das ist einfach nur nett gemeint. Das ist nicht Asi. Das ist einfach nur nett gemeint. God. Wieder so ein riesiges Gebiet. Mhm. Woher ich sagen muss, hier stört mich das nicht so. Weil die Gebiete so extrem verwinkelt sind, finde ich das ziemlich cool. Okay, stimmt. Da sah es noch nichts auf die Katsu aus. Ich würde schon wieder in eine Mauer einschlagen. Eingeschlagene Mauer-Counter, zwei bei mir, null bei dir. Ich hab ne Hülle gefunden. Wollen wir da reingehen? Wie lange haben wir noch? Acht Minuten oder so, hab ich doch gesagt. Wollen wir da noch ein paar aufnehmen? Weiß ich nicht. Muss ich jetzt schon los? Ja, ich glaube einer oder so geht mal so. Auf meinen Speicher macht das ja mit. Ich brauche auch unbedingt eine Aufnahmefestplatte. Ich bin ja kein Rich-Nigger. Doch bist du, du bist Gärtner. Ja eben. Gärtner sind die reichsten Leute der Welt. Gärtner. Von meinem nächsten Geld, was über ist, wird dann erstmal ein vernünftiges Headset gekauft. Oder besser gesagt... Du weißt welches Headset ich meine. Nö, eigentlich nicht. Ein Kopfhörer von... Wo so... Die Teile werden... Welche Teile sind dann, dann fallen sie einfach auf den Boden. Dann sieht sie so richtig lustig aus. Diese fliegenden Augen... Äh, hier ist die Hülle auch nochmal übrigens. Wie auch nochmal? Also, ich glaube die Hülle führt von hier nach hier irgendwie. Gott, das ist so gut, dass ich die Teile einfach auf den Boden werfen kann. 10 out of 10, best game ever. 12 von 15. Wollen wir jetzt in die Hülle reingehen? Gucken wir mal. Tür zu. Sechs Minuten haben wir noch. Guck! Es fällt einfach hin. Gott, das ist das beste Spiel der Welt. Macht mir eigentlich grad ziemlich viel Spaß. Die Dinger fliegen erstmal voll daneben. Ich hab auch schon die Lust zu streamen, Alter. Aha. Meine Freundin sagt grad nur dann mach. Hier ist Level... Die Gegner sind hier ziemlich hoch eigentlich schon. Die sind Level 17, Level 18. Ja, wir machen die trotzdem richtig schnell kalt. Ja, aber ich krieg auch... Also, von diesen Etherkristallen krieg ich auch richtig krass auf die Schnauze schon. Und ich krieg auch die Schnauze. Ich bin der Tang. Oh fuck! Habts gemerkt. Boah, sind das viele, Alter. Ja, das... Oh mein Gott, oh mein Gott, da ist ne neue Gegnergruppe. Der Reanimator. Ich mach den Etherkristall kaputt. Mach das mal, der Reanimator hört sich an, als ob er die Viecher wieder aufstehen lassen könnte. Sind grad ein paar gestorben? Nein. Gut. Es sollten eigentlich ein paar gestorben sein. Ich dachte eigentlich, vorm Kristall kamen welche, aber... Anscheinend nicht. Ich hab versehentlich viel zu viele Tränke genommen. Okay, wir müssen auf jeden Fall zuerst den Reanimator töten, weil der, äh... Spawns neue. Ich glaub, als ich, äh, Grim Dawn, äh, gesuchtet hab, also das erste Mal, da hatte ich hier... Vier Rotting Soldiers. Und ich hab halt das ganze Gebiet auch, äh, gespielt und ich glaub sogar ein, zwei Mal als abgestützt ist zwischendurch. Also es wurde schon erhöht mit denen. Wie viel Tränke hast du eigentlich? Ich hab 18 Stück. Vier. Okay, hier haben wir alles. Ne, oben fehlt mir noch ein bisschen was. Ja, aber wie weit war's am Rande, aber... Da seh ich schon alles auf der Kürze. Noch ein Ether-Kristall? Ja, hier geht's noch komplett rum, man. Oh. Cold One? Cold One sind die, äh... Kalten. Mutagenic Einker. Hier liegt immer so viel blauer, äh, weißer Kram rum. Kann man das irgendwie ausstellen? Ich seh den weißen Kram gar nicht. Hä, wie, wie hast du's ausgestellt? Das ist automatisch ausgestellt, du hast es einfach wie angestellt. Okay, mal kurz gucken. Kann ich schon mal dieses Kristall... Ist das ein Magic Loot? Ja. Gut, hab ich jetzt... Also show only Magic Loot oder so. Ich seh immer noch den weißen. Ja, ich guck gleich mal. Magic... Okay. So, jetzt seh ich ihn nicht mehr. Hab vergessen, es zu speichern. Weil man in den meisten Spielen nicht mehr die Optionen speichern muss. Was war das gerade? Was? Komisches, ekelhaftes Geräusch. Ja, das hört sich ja auch in der letzten Höhle. Das ist in der Höhle, so normal. Ging schon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Halt reinnehmen soll oder einfach warten soll. Einfach warten? Ich hab aber keine Dingsleiste mehr. Zug ist meine Gesundheitsregelung trotzdem ziemlich hoch. Meiner ist auch fast leer. Meiner ist die ganze Zeit schon leer. Oh oh, ein Bossgegner. Der hält ganz schön was aus. Der gibt auch richtig gut Schaden. Ich bin fast dort. Ich bin fast dort. Hab solche. Auf mir. Ich auch. Oh Gott, noch mehr. Was läuft denn hier schief? Ich bin schon wieder fast tot, Alter. Ich hab gleich keine Heiltränke mehr. Ich musste gerade einen Heiltränke nehmen. Ich hab keine mehr. Ich bin gestunnt. Ich kann gestunnt. Die killen mich ohne Probleme. Ist der Boss schon tot eigentlich? Was? Ist der Boss schon tot? Keine Ahnung, man. Ich bin gleich wieder tot. Ach fuck. Wieso bin ich gestorben? Weil da Gegner auf dich zukamen? Ich hab's nicht mal mitgekriegt, dass ich angerufen wurde. Mach's kurz Portal? Ich hab's nicht angerufen. Ich hab's nicht angerufen. Ich hab's nicht angerufen bekommen, dass ich gestorben bin. Auf einmal war ein weiteres Spiel. Schwarz. Oh mein Gott. Danke, dass ich Indien spawne. Kurzes Aufnahme neu gestartet. Weil... Ich hab den Trank genommen. Was ist der Säure? Oder solche. Oder was auch immer das ist. Wie sagt der Aggro auf mich? Weiss ich nicht. Wer die macht, dass er aufhört. Ich arbeite dran. Ein Heiltrank übrigens noch. 16. Wieder nichts blaues. Ich hab was grünes gekriegt. Ja, grundsätzlich hab ich auch gekriegt. Handschuhe, die ich nicht benutzen kann. Das ist übrigens unser Timer. Mein Timer lief auch noch mit. Aber ich würd sagen, wir machen hier noch die vier Gegner zu Ende. Weil die sind hier noch in der Höhle. Ich hab dann noch mal Rüstung für dich. Handschuhe, besser gesagt. Ziemlich gute, grüne. So, und dann würd ich sagen, ich hoffe der Palette gefallen. Bis zum nächsten Mal Leute, haut rein und ciao. Tschüss.